Salut! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Heute haben wir so ein bisschen Resten-Vlog. Ich habe ganz viele Sachen aufgenommen, die nicht ganz grossartig miteinander zusammenhängen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Aber zuerst muss ich natürlich noch eine Frage beantworten. Und zwar kommt die dieses Mal vom Jael. Und zwar hat der Jael gerade zwei Fragen. Und zwar hat er gefragt, wo die Frage am Anfang des Videos bleibt. Beim letzten Video. Das ist eine gute Frage, darum tue ich seine andere Frage. Jetzt ausführlich beantworten. Und zwar hat er gefragt, woran das tote Meer gestorben ist. Ähm... Und zwar... Warum hast du da die Kamera so komisch eingestellt? Wir gehen auf... Äh, nein, sorry. Wir gehen... ... an den See. Sorry. Der Gesetze. Sie reden immer nicht an Italienisch dort. Mit einem H. Fingert ihr es raus? Wo sind wir? Ja. 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 Da sehen wir gut. Kebliad. 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 Oh. Mit Erik. Mit Debi. Und Iseli. Und mit Shana. Und mit mir. Und wir sind im wunderschönen Bergland. Okay. Okay. Ich freue mich schon, das Video auf dem Kanal Domi hochzuladen. Ah, die ist auch geküsst! Und dir auch noch? Nein. Nein. Das gibt es nicht vor der Ehe. Keine Berührung vor der Ehe. Oh mein Gott. 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 Vlog gone sexual gone wrong gone gone a**. Ich mache ernst Jahre eine Compilation mit euren Strids. Das Video geht halb Stuhl. Das gibt es einfach in 5 Teilen. 20 Minuten Videos zusammenschnitten sogar. Es gibt eine Netflix-Serie. Ich bin Käppi gerade. Was meinst du da raus? Der Zug ist zu spät. Der Bus ist zu spät. Der Zug ist zu spät. Der Zug. Der Zug. Der Zug. Ja. Welche Bilder haben Sie Ihre Hütte gefahren? 7 von 3. Voll gut. Ist so gut. Vor allem will Janaya im Zug laut durchs Handy lassen. Ist voll korrekt von ihr. Gespektlos. Hier sieht man ein Bild von der mega feinen Pizza. Ja genau. 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 Mh, die küssten. Das schmeiß. Das ist so gut. Und das war eine riesige Fotos. Das ist schon frisch, gell? Das hagelt. Das hagelt. Ja, das hagelt. Ja, das hagelt. Ja, das hagelt. Ja, das hagelt. Ist schön. Es ist nass. Cheers. Was hast du? Ich habe Eistee. Ein Minz Eistee. Minz Eistee. Und du hast ein wildes Wasser. Nein. Nein. Ein stilles Wasser. Ein stilles. Ein stilles. Haha. Hagelt wegen Markennennung. Sei still. Wie wohl, ich. Wir sind nicht an den Aaren. Ist das nicht? Ist das nicht? Hattelenbrich zu Luzern. Ah, wir sind jetzt in Luzern. Stimmt, du bist dort in Luzern. Michi, wir kommen! Wir haben ein Geschenk für dich. Wir treffen jetzt den Bichsel. Leider. Nein, sorry. Ich habe dich gerne. Ja, leider. Ich sehe noch beim Arbeiten viel zu viel den... Ich und Issa sind jetzt ein Skaper-San. Und zwar auf dem Dach vom Domi. Ja, es ist auch sein OT-Sticker. Und das Opfer hat noch euch gehabt. Sollte Opfer! Nein, er ist bei einem Bude essen. Schon. Aber jetzt wird erst mal die Kaper-San gesippt. Der Bichsel kommt. Die verdreht Bride. Er geht. Ich habe noch Likur gemacht bis jetzt. Ist mein auch fertig? Ja. Und den Michi hast du dabei? Ja, voll. Wir gehen. Alles. Ich habe das mit dem Domi so geblieben. Ahhhh! Happy Birthday. Du Jumi. Du hast nicht Geburtstag hatte. ein paar... Aber erst der Hanger sagt... Ooooooohhhhhh... Ach nein... Gib mir nein... Nein, nein, nein. Nein... 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 Ach bitte... Au! Ach so... Oh du Mann, der ist so geil... Und jetzt ist die 80 um 60% gestiegen... weil sie das eben bekannt geben. Tommy! Hä? Habe Fresse! Aha! Der verdammte Mann stellt nicht mehr ab! Weisst du? Das ist so dumm! Ich meine, der Bichsel kann nicht am besten Englisch, aber es gibt lieber schlechter Englisch als der Bichsel. Das ist so dumm! Nein! Ich kenne den einfach nicht! Kleine Bierdächerli! Wolltest du oft zählen, wie man kann von den kleinen Bichsel und bis zum Mittagessen die Woche? Nein! Hahaha! Am Mittwoch habe ich neue Abonnenten Also der Name von meinem Team folgt schon, schau dir das Video! Liegt gut vom Bichsel! Was? Ja, ähm, Shana und Tommi haben schon aufgegeben, die mögen nicht mehr zuhause und Jana ist jetzt so noch da Alle werden vorgestanden mit so einem Lied mit so einem Bild und so einem Bild Ja, das Bild von mir! Das dritte Mal! Warte, warte, warte! Also so! Nein! Es war das Bonbon aus Wurst das ihr Glück gemacht Tingling Hör auf! Nein! Es war gut! Hallo! Ich muss noch winken! Bonbon aus Wurst die ganze Nacht Bonbon aus Wurst riesengroß